Servus miteinander, in diesem Video schauen wir gemeinsam auf die Wahlrechtsgrundsätze nach Artikel 38 des Grundgesetzes. Erster Grundsatz, allgemein. Das bedeutet, aller Bürgerinnen und Bürger ab einem bestimmten Alter, in der Regel 18 Jahren, dürfen wählen und gewählt werden. Zweiter Grundsatz, unmittelbar. Das bedeutet, Abgeordnete werden direkt gewählt, ohne eine Zwischeninstanz. Das gibt es zum Beispiel in den USA, dort gibt es sogenannte Wahlmänner. Dritter Grundsatz, frei. Das heißt, ob man wählt und wen man wählt, dazu darf man halt von niemandem gedrängt werden. Grundsatz Nummer 4, gleich. Das bedeutet, jede Stimme zählt gleich viel. Und jetzt noch Grundsatz Nummer 5, geheim. Das heißt, es darf nicht nachvollziehbar sein, wer wen gewählt hat. Außer natürlich, jemand sagt das freiwillig. Das heißt, es darf nicht nachvollziehbar sein, wer wen die Stimme zählt. Das heißt, es darf nicht nachvollziehbar sein, wer wen die Stimme zählt. Das heißt, es darf nicht nachvollziehbar sein, wer wen die Stimme zählt. Das heißt, es darf nicht nachvollziehbar sein, wer wen die Stimme zählt. Das heißt, es darf nicht nachvollziehbar sein, wer wen die Stimme zählt.